Einen wundervollen guten Tag herzlich willkommen zurück zu einem neuen Python Video und zwar heute mit Subdomains Subdomains sind etwas ganz tolles denn ja was ist eigentlich erst mal eine Subdomain zum Beispiel abc.example.com Da wäre hier das abc vorne dran eine Subdomain. Die eigentliche Domain ist example.com Und vorne dran kann man auch irgendwas anderes hosten als hätte man eine eigene Domain. Also das ist quasi was völlig anderes als Example.com so wie man das eben einrichten möchte und jetzt stellt sich natürlich in vielen fällen die fragen Was gibt es eigentlich für Subdomains? Was ist da überhaupt alles zu finden? Und dazu bauen wir uns heute ein kleines Python Skript Das man dafür wunderbar nutzen kann und zwar als allererstes mal brauchen wir Requests. Requests habt ihr im besten fall schon über pip installiert ansonsten könnt ihr das natürlich machen mit pip install Requests. Requests schreibt man aber nur mit Wenn man es richtig schreibt dann geht das schon. So pip install Requests wird genau das sein und mit Requests habt ihr im Endeffekt eine Library mit der ihr Web Requests durchführen könnt. Das heißt so was wie eine Anfrage an eine Website. Ihr könnt damit auch Webseiten runterladen sozusagen Und euch dann die Sachen angucken. Das ist das im Endeffekt was ein Browser auch macht So dann was machen wir als nächstes? Wir gucken uns an was wir für eine Domain haben. Also zum Beispiel Domain ist gleich Google.com Und jetzt wollen wir alle Subdomains von Google rausfinden und das machen wir mal folgendermaßen. Wir öffnen eine Datei gleich open Und hier nehmen wir macht das weg. Subdomains.txt Subdomains.txt müssen wir uns erst mal schreiben. Da stehen alle Subdomains drin die eigentlich so üblich sind Und dazu gibt es eine ganz ganz tolle Library oder eine ganz tolle Bibliothek. Denn es gibt sowas das nennt sich DNS Scan. Ja und hier habt ihr eigentlich auch so eine Subdomain drin Und ja ich weiß DNS Scan macht eigentlich auch so ziemlich genau das was wir jetzt gerade machen Aber es geht uns ja eigentlich um die Übungen da hinten dran. Ihr könnt euch natürlich auch diesen Code hier durchlesen Aber wir wollen das ganze ja selber schreiben Weil wir was lernen wollen wie das ganze eigentlich intern funktioniert. Und wenn ich euch jetzt einfach dnscan.py Vorlese dann sieht das ganze zwar so aus ist aber ein bisschen Unübersichtlich und das wollen wir hier vermeiden. Deswegen nehmen wir uns die Subdomains.txt gehen hier auf RAW Und kopieren uns das ganze einfach. Ich könnte natürlich auch einfach die Datei herunterladen aber das wäre langweilig Und ich mache hier einen neuen Ordner. Den nennen wir mal Files. Ich bin sehr einfallslos. Es tut mir sehr leid und hier rein packen wir die File Subdomains.txt Selbstverständlich führen wir die nicht in Git rein und machen hier mal ein speichern und dann wollen wir hier das ganze noch verknüpfen unter Files.subdomains.txt Perfekt So jetzt wollen wir natürlich wissen was da drin steht und deswegen machen wir hier mal ein Ja, wir gehen einfach mal durch würde ich sagen For i in File. Was können wir wohl machen? Readlines. Wäre wahrscheinlich das sinnvollste Printen wir mal i raus und gucken uns mal an was das so ist Und hier steht im Endeffekt wirklich alles separat drin. Das heißt wir sehen hier, okay wir haben Zimbra, Zeus und so weiter und so fort Wundert euch nicht hier am Ende, also bei Readlines hat jede Zeile am Ende noch so eine Eine neue Zeile hinten dran Das heißt wir müssen hier natürlich für unsere Subdomains ist gleich erst mal leer Und dann wollen wir hier eigentlich Subdomains.append Und dann wollen wir hier quasi erst mal eine neue Zeile, das ist das was am Ende von jeder einzelnen oder von jeder einzelnen Zeile steht wollen wir entfernen und wollen dafür einfach nichts drin haben So und wenn wir uns jetzt am Ende dann die Subdomains ausgeben, dann sollten wir die nicht mehr haben Subdomains So und wenn wir das jetzt haben, sehen wir Okay, jetzt sehen wir hier einfach A Akzeptatie Access Accounting Accounts Add ADM und so weiter und so fort So und das ist ja genau das was wir haben wollen. Jetzt müssen wir noch überprüfen Ob die auch wirklich alle vorhanden sind Das heißt was wir hier machen Ist folgendes das können wir eigentlich rauslöschen und sage ich hier mal found ist gleich leere Liste So und jetzt gehen wir da durch For s in Subdomains Also für jede einzelne Subdomain oder von mir aus für Sub In Subdomains Was wollen wir machen? Nun wir bauen uns eine URL Die die Subdomain Also nochmal ganz kurz das Beispiel von vorhin abc.example.com Diese Domain haben wir hier oben als Domain stehen Das ist die Domain von der wir die Subdomains finden wollen Und dieses abc wäre jetzt hier gerade Sub Das heißt was wir bauen ist uns eine neue URL die wir anfragen und überprüfen wollen Und zwar steht hier vorne was wohl Sub Also einmal Sub und hier hinten naja da steht eigentlich bloß die Domain Das heißt wir bauen uns hier Domain rein So um etwas im Internet anfragen zu können müssen wir aber noch auf jeden Fall hier ein Protokoll vorne dran angeben Und normalerweise wird das http.// sein Es kann natürlich auch https sein Aber dann wird normalerweise weitergeleitet auf https.// abc.example.com Und genau damit kann ich das machen So was ich jetzt mache ist folgendes Ich versuche einen Request zu starten Das heißt ich probiere einfach mal was passiert wenn ich diese URL anfrage und mir runterlade sozusagen Das ist als würde ich einen ganz normalen Browser aufrufen auf diese URL Und naja da kann natürlich was passieren Und zwar kann ich hier zum Beispiel einen Request.ConnectionError bekommen Der kommt normalerweise wenn wir nichts finden Also wenn diese URL eben nicht existiert Weil dann kann ich keine Verbindung aufbauen Aber falls ich eine Verbindung aufbauen kann Dann sage ich natürlich hier found.append Und hier kann ich jetzt dann meine Subdomain reinpacken Wunderbar So und jetzt könnt ihr euch damit machen was ihr wollt Ihr könnt die zum Beispiel wieder in eine Ausgabedatei schreiben Ihr könnt die einfach ausgeben lassen Und genau letzteres machen wir jetzt einfach mal Beziehungsweise wir machen das hübscher Hier vor i in found Sagen wir print Und wir tragen ein Was könnten wir hier machen Plus found Und dann sagen wir hier hinten dran plus i So wunderbar Beziehungsweise wir machen das richtig Machen es als schönen Format String So wie man das gewohnt sein sollte So Format String Okay perfekt Und damit brauchen wir noch ein letztes Zeichen hier unten Oder eine letzte Zeile So damit haben wir eigentlich alles was wir brauchen Jetzt lassen wir das mal laufen und suchen mal raus Was wir denn alles für Subdomains bei Google finden Und das wird ein bisschen dauern natürlich Weil wir hier eine Liste von mehreren Zeilen anfragen müssen Also ihr könnt auch gerne mal euch die Länge der Subdomains ausgeben lassen Und wisst ihr was Wenn wir das schon hier machen Dann brechen wir das nochmal ab Dann sagen wir wir packen dieses found Hier oben rein Warum eigentlich auch nicht Und dann brauchen wir das hier unten nicht mehr Hier könnt ihr es gerne noch in irgendwie eine Datei schreiben oder sowas Und hier muss natürlich Sub reingeschrieben werden Und wir lassen uns mal hier noch einen initialen Print ausgeben Und zwar Checking Dann sagen wir hier len von Subdomains Subdomains Das sind nicht gleich viele Das stört mich So ich bin ein bisschen eitel heute Okay Und ja jetzt können wir erstmal überprüfen Wie viele Subdomains wir eigentlich Okay Keine einzige Das ist natürlich Quatsch Ja das sollte eigentlich klar sein Sekunde wir machen das mal hier unten drunter Das muss natürlich hier her Es tut mir leid So 781 Subdomains werden überprüft Wir sehen schon wir haben die ersten gefunden Accounts Admin Ads Analytics API Das ist dann quasi Admin.google.com Analytics.google.com API.google.com Und so weiter und so fort Also ihr seht Wir sind hier gerade bei D Und ja Google hat halt Milliarden Subdomains gefüllt Nein also sie haben wirklich sehr sehr viele Das ist natürlich bei anderen Webseiten nicht so Aber wir können so auf jeden Fall nicht alles finden Aber wir finden auf jeden Fall einen großen Teil der Subdomains Okay Das heißt wir finden die allermeisten Und die die wir nicht finden Naja die müssen wir halt hier manuell reinschreiben Und hier verweise ich euch nochmal ganz kurz an diese Webseite Also quasi an das hier Hier sind 781 Subdomains drin Ihr könnt natürlich auch die Top 10.000 Subdomains checken Ja das geht auch Dann könnt ihr halt einfach diese Datei hier nehmen und das überprüfen Dann sind halt 10.000 Stück am überprüfen Aber das dauert dementsprechend natürlich dann auch ein bisschen länger Gut das war es von meiner Seite Ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal Bis dann Ciao 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 компании 0 0 5000 0 !! 0 0 0 0 0